In einer überraschenden Wendung betrat der japanische Star Kao Itakura, nach dem enttäuschenden Ausscheiden Japans im Viertelfinale des Asien-Cups gegen den Iran, triumphierend das Geheimtraining von Borussia Mönchengladbach nur Stunden nach der Niederlage. Nach dem Schlusspfiff in Doha wurde Itakura sofort zum Flughafen gebracht und nahm an einem Wettlauf gegen die Zeit teil, der ihn zurück nach Deutschland führte. Trainer Gerardo Seouane versammelte sein Team zu einem nicht angekündigten Training im Borussia-Park und zur Überraschung aller war der japanische Verteidiger anwesend. Die Anwesenheit von Itakura fügt den Entscheidungen des Trainers einen unerwarteten Aspekt hinzu, der ihn vor die Herausforderung stellt, die Startaufstellung zu bestimmen. Während Itakuras Abwesenheit hat sich Marvin Friedrich als eine Säule in der Abwehr neben Nico Elwedi hervorgetan und präsentiert sich als formidable Option für den Trainer. Der Wettbewerb um die Positionen hat sich in verschiedenen Bereichen des Spielfelds verschärft. Stefan Leiner, nach überstandener Pause aufgrund einer Krankheit, fordert Joe Skelly auf der rechten Seite heraus. In der Zwischenzeit bringt die Rückkehr von Max Wöber in Topform einen harten Wettbewerb in der Abwehr und auf der linken Seite. Trainer Gerardo Seouane äußerte sich zufrieden über die verfügbaren Optionen, erkannte jedoch die Herausforderung an, schwierige Entscheidungen vor dem entscheidenden nächsten Duell gegen Saarbrücken zu treffen. Dieses Spiel wird nun als entscheidende Schlacht für die Zukunft von Borussia Mönchengladbach betrachtet, und die Anwesenheit von K.O. Itakura fügt eine Extraportion Spannung und Geheimnis zur Geschichte des Teams hinzu. Die Fans können eine elektrisierende Vorstellung erwarten, während das Team seinen Weg zum Erfolg festigen will. Frage an unsere Fußball-Community, welchen Einfluss könnte die überraschende Rückkehr von K.O. Itakura nach dem Ausscheiden Japans auf die taktische Aufstellung von Borussia Mönchengladbach haben. Wir sind gespannt auf eure Einschätzungen. Kommentiert eure Meinung unten und abonniert unseren Kanal, um stets über die neuesten Entwicklungen und Geheimnisse rund um Borussia Mönchengladbach informiert zu bleiben. Welche Spieler sollten eurer Meinung nach in der Startaufstellung stehen, und wie wird sich die Anwesenheit von Itakura auf das nächste Spiel gegen Saarbrücken auswirken? Teilt eure Gedanken mit uns.